Ja, heute schauen wir wieder, was es für eine Glückszahl gibt und zwar die 7. Die 7 steht für das Wissen, für die Gedanken, für Ideale, für manchmal auch das Warten und das Forschen. Vielleicht bist du in einer Tätigkeit, wo du forschst, wo du neue Felder erkundest sozusagen, neues Wissen beschaffst, wo du vielleicht recherchieren musst, bestimmte Dinge herausfinden musst, wo du auf den Spuren der Wahrheit bist und vielleicht bist du auch in einem Beruf, wo du deine Ideale vertrittst. Vielleicht denkst du heute auch einfach nur über deine Ideale nach, was sind eigentlich deine Ziele und vielleicht ist heute auch einfach nur ein Tag, an dem du wartest, wo du sagst, ja, ich muss den Dingen jetzt einfach mal ihre Zeit und ihren Lauf lassen und wenn ich ein paar Nächte darüber geschlafen habe, dann sehen die Dinge schon anders aus. Ich wünsche dir ein schönes Tag. Tschüss, Baba.